Wir werden frei sein! Sex, Sex! Hast du das gesagt? Denk dran, du bist ein Mönch! Ich sage manchmal zu ihm, Schst, wir werden gefilmt! Zusammen haben die beiden die Energie von 8-jährigen Jungen. Du bist ein Schelm! Warum sind sie hier? Unsere Freundschaft zu genießen und über Freude zu sprechen. Es gibt auf diesem Planeten keine unterschiedlicheren Menschen als den Dalai Lama und Desmond Tutu. Einer wuchs in bitterer Armut auf, der andere in einem Palast. Unglücklicherweise ist er ein Christ. Unglücklicherweise ist er Buddhist. Sie haben viel gemeinsam. Beide haben sich gegen autoritäre Regime aufgelehnt. Das tibetische Volk wird ausgelöscht, ihre Kultur und Religion werden ausradiert. Mit 24 habe ich mein Heimatland verloren. Zwischen Tränen, Gas und Polizeihunden kämpfte Desmond Tutu gegen die Apartheid. Wenn Menschen beschliessen, frei zu sein, wird sie nichts davon abhalten, frei zu werden. Man kann die schrecklichsten Umstände überwinden und ungebrochen am Ziel ankommen. Wenn du nach dem Glück suchst, wirst du es nicht finden. Glück fühlt sich nicht nur gut an. Glückliche Menschen haben ein besseres Immunsystem und leben länger. Die Quelle des Glücks liegt im Inneren, nicht im Äußeren. Du bist etwas Besonderes für mich geworden. Ja. Wenn ich sterbe, werde ich mich an dich erinnern. Danke dir. Danke dir. Danke dir.